. . . . . . . . . 10, 6! In Babelstern, 34, 8! In Babelstern, 34, 8! Hey, sieh auf! 8! 1! 1! Die liebe Badesberg-Fans, volle Choreo ohne Frage! Aber ihr wisst, ihr wünscht uns im Ferit-Spiel, ein Abbrennt von Pyrotechnik gehört nicht dazu. Deshalb bitte ich euch eindringlich, unterlasst das, das kostet unser Verein nur unnötig Geld. Danke. Liebe Gästefens, die gleiche, was für unsere Nordkohle gilt, natürlich auch für euch. Bitte unterlasst das Abbrennt von Pyrotechnik, auch eurem Verein kostet das nur unnötig Kohle. Und ihr gefährdet euch und eure Nebenleute. Danke. Liebe Magdeburg-Fans, ich habe euch schon gerade gebeten, damit aufzuhören. Und es wird nicht besser, bevor hier noch das Spiel in weiteren Minuten verzögert wird. Bergen wir auf mit dem, da ist ja nicht nur Abbrennt von Pyrotechnik, sondern auch mit dem Schießen von Knallern. Und das wird nicht besser, bevor hier noch ein paar, wenn es nicht besser geht. Applaus Ja! Schalalala! Schalalala! Null drei! Schalalala! 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 Null drei! Schalalala! Schalalala! Jetzt noch mal den Ball an die Magdeburger. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Das ist ja nun noch das allerletzte, was hier erlaubt ist. Was wir hier dulden können. Und auch die Werbepunkte voll haben, unterlasst das. Wir wollen Fußball und ihr nicht! Bei der nächsten kleinen Geschichte, die hier passiert, wird das Spiel abgebrochen und wir lassen die drei Punkte hier kampulos zurück. Wir bitten euch! Wir bitten euch! Wir bitten euch! Ihr bitten euch! Ihr fährt nur auf ihren... Keine Sachen mehr dabei! Wir spielen das Spiel vernünftig zu Ende und wir präsentieren uns als einer vernünftig. Ist es okay? Wohl! Also! Ou Wohl! Das sind die axe! Pode und ihr frage? In einem neuen BIT, affisch! Das Spiel, woherz ist DVD! In einem neuen BIT, Und ihr seid dich, woherzen! Und von diesem nächsten ship! Gitens und bisog, mit seinem Zenfam vom Hey! Hey! Hey!